was so die größten dies macht nachher willkommen zurück wir machen jetzt weiter und noch so mehr wohlfachtest an der Köln war nein aber er kann sich ja schlagen nicht so weit nach vorne schießen am besten aber kein so nicht weg sich töten ich weiß gleich was er macht Kraftwasser aber nein doch nicht aber dass sie auch schwul aus ja gar nicht so gut ist er an sich das zauberen die Emotionen sie machen die Schwule aus dass man an sich ich mag die Welt verheiratet siegt schon aus ich bin ich bin echt der Meinung das ist nicht so gut aber das ist sehr gut weiß gut was ist immer zu treffen an der sich umkommt den Treffen direkt wieder sehr gut das haben wir auch in der Klinik kommen oder äh denkst du wir sind gerade und man hat sie angekommen ja ja das ja warten nicht so weit nicht so weit im Moment wir machen das so und zwar werde ich jetzt einmal schlagen 175 schaden das ist nicht so gut verdammt das am besten weg 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 beide tot das ist sehr gut so am besten wenn wir jetzt in neue räume gehen nicht direkt vorgehen sondern erstmal gucken erfolgt mir rechts aber sofort durch die Stühle leben und die machen die machen ziemlich heftigen schaden dank für den Hinweis ich werde vorhin dann glaube ich bin ich den Weg hätten ja so gut das lassen wir einfach das ist ja so Puff macht ja auch das Auge ja wir aufmachen so ich glaube hier sind wir richtig einfach durch einfach durch einfach durch nicht mehr einfach durch ja 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 sehr gut die ist erledigt ist egal völlig egal verpiss ich bitte kommen zu lassen und jetzt einfach weg und hier unten lang so war egal das ist egal dass wir jetzt einen Schaden der Krieg haben genau deswegen sind wir jetzt auch hier so Soldaten du bist so er gehört zu Hagen wo ist denn Hagen meinst du vielleicht den Hagen gut wie hast du das nur erwarten ja ich meine den Hagen du dumm Wacke Hagen ist in großer Gefahr die Hexe hat ihn sichern in ihrer Gewalt wollt ihr wirklich zur bösen Hexe nein dann geht wieder nach oben ihr müsst zu dritt auf dem Schalter stehen Schalter okay lasst uns nach oben gehen so und an dieser Stelle wir werden jetzt erstmal speichern auf jeden Fall so erstmal das auf jeden Fall speichern das gehen wir nur drauf diesmal auf den anderen hört sich irgendwie nach Ross an ja das kommt auch bald und wir werden jetzt erstmal so lange diese Werwölfe töten bis wir vier Lebenswasser haben die droppen nämlich manchmal Lebenswasser und die können wir an der einen Stelle bedenkenlos töten deswegen bis gleich so und weiter geht's wir haben uns jetzt voll ausgerüstet und zwar mit vier Bonbons vier Lebenswasser und nochmal vier Schokoladen und vollgeheizern wir genau wir haben uns wir haben uns nochmal voll eingekleid das ist die Zerner von dem und wir machen hier weiter Vorsicht nicht sofort nach vorne gehen da ist nämlich ein Auge na warte ich weiß das Mädchen erinnern so ich mach mein Bogen das Auge kann jetzt nichts machen weil es es können ja nur drei Sprites im Bild sein von den Gegnern und hier sind schon zwei ich würde normalerweise gehen nach Sporn ja das geht dann jetzt nicht wobei wir haben genug Erfahrung die werden wir jetzt nicht killen aber wenn wir es jetzt na gut komm machen wir uns das hat die Gelegenheit ja stimmt schon es ist Erfahrung und es ist Erfahrung ja die 1 nochmal 2 so jetzt wäre ich wieder zum Angestellten dass die Natur ist nein nein und weiter nach dem was kommt jetzt rechts äh in die Mitte durch scheiße ähm das war knapp hier kommt ein Auge Moment links vorsichtig weiter gehen Auge kämpft man am besten mit dem Schwert Wow die dürfen das jetzt möglich ja das war sehr gut äh Truhe nimm die nicht wir haben alles und da könnte eine Falle drin sein und da ich jetzt eh schon einen Weg habe nach Möglichkeit sollten wir nicht viel mehr Leben wegkriegen weil nicht nach vorne gehen die Stühle leben weißt du ja ähm ich würde das jetzt so machen so und jetzt schieß einmal gut die haben jetzt nochmal einen Weg gekriegt meine Musik gut die sind tot das ist super erst mal Stuhl gekillt huu gut dann geht zu Tura iiii Kinder was wollt ihr hier na wartet die hat aber echt was gegen Kinder ja typisch ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalus schicken flöp das gemeiner ist er weg Turs hain was hast du getan Tura wo ist er hin warum ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt er wurde mir zu lästig außerdem reichte meine Magie nicht für ihn Tantalus wird besser mit ihm fertig Tantalus ja Tantalus der Chef einer Organisation die Pandoria zerstören will wie konntest du nur so bin ich halt hi 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 Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht bald wird er die Burg von Pandoria obern später dann die ganze Welt aber genug geplaudert ich verfütter euch jetzt an meinen süßen Schmusekater Katze so wie sieht die Katze aus jetzt kommt wohl einer der härtesten Endbosser die es in diesem Spiel gibt besonders weil wir jetzt noch keine Magie haben das macht es ganz schwer äh direkt nach unten rennen direkt nach unten rennen ok und jetzt einfach nur drauf halten wow ja der geht ab so äh ebenso lang jetzt schieß mir den Bogen drauf schieß mir den Bogen geh hin ah oh wir sterben wir sterben sowas von nein 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 wir werden nicht sterben so das ist auch noch ein ja das Mädchen ist hinüber ach so ja dann Lebenswasser jetzt wenn ich hier rauskomme ich komme nicht mehr raus ich bin tot jetzt geht mir mal ganz schön Lebenswasser Lebenswasser ich komme nicht rein ich komme nicht rein was ist denn das äh ich bin das Mädchen oh nein das war jetzt fail ähm ja das ist irgendwie lustig gewesen dann eine Stunde hast du wiederbelebt ich war da noch nicht wieder eingestiegen das war die wegen kontrolliert alles erstmal richtig wenn ich wieder einsteige oh man ja du kriegst ein Feuer auch ab total super ich komm wieder rein auf jeden Fall damit ich noch steuern kann äh du tust gleich noch ein Bonbon ich bin ein Junge joo ja ich krieg 80 Schaden gib mir mal irgendwas was willst du haben eine Schokolade haben wir nichts mehr anderes für mich ja jetzt hau auf ihn drauf hau auf ihn drauf genau immer weiter immer auf ihn drauf hauen ja gut ähm oh weia und jetzt sollte ich aufstehen nach Möglichkeit das wird jetzt echt gut ähm ich steche auf immer mal auf next neuer Versuch ja okay neuer Versuch war ja nicht weit bis dahin vielleicht schauen wir es ja mal ohne Schaden zu nehmen diesmal ja aber ich merke schon warum er schwer das ist einfach nur rumgeiert er ist sehr hart das muss man sagen aufs bieter oder so mit der rumhängen oder aufs koma aufs koma ja das war sie das verstehen jetzt nur Insider aber es ist lustig so ja ich bin schon einfach durch genau einmal hauen damit du nicht wirklich gemacht so und einfach durch boah das war knapp aber nur gut wer bin ich jetzt eigentlich gerade ich bin grad keiner warte mal eben stimmt du sonst gerade wie ein Sklave hinter mir her ja wir wollten dem Mädchen noch den Bogen geben warte mal kurz tot stimmt nehmen wir Bogen wieder da Waffen und Bogen ja ja dann was hin wo ich wollte da äh wie komme ich nochmal an die ach du Kobold den soll doch was anderes haben äh als die Axt vielleicht oder Lanze ist eigentlich nicht schlecht das schieb wir uns sofort weg so da nochmal die Stühle ich hau sie wieder ich baue mal auf wenn ich gleich mal Schaden mache ja machst du dann ähm der ist noch nicht weg glaube ich nein der kannst du nicht weit springen deswegen ähm die Zeit ist auch schon wieder ziemlich weit deswegen machen wir hiervon Cut und versuchen es nochmal bis gleich